okay wir müssen nach da oben möchte aber gern hier die nur erkunden äpfel wer weiß was wir noch alles finden wir zum beispiel noch ein paar eulen wir brauchen eulen jetzt habe ich die beiden klinge da unten warte mal hatte ich dann zweimal schwalben klinge drin probieren sie einfach mal probieren sie einfach mal lernzerstörung ok ok da müssen wir hin will ich aber noch nicht hin hab ich ja nicht mehr wir haben aber ein ihrer item das ist gut hallo das war wohl nichts mit ausweichen die langen mann mittlerweile viele gegner braucht ja gut sie sind aber auch die reine über uns muss man dazu sagen 11 punkte 11 gehen ja schon immer noch wenig aber bisher ist gar nichts das leim so ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay Ich gucke hier nochmal, ob hier irgendwo was in den Bäumen ist Und wie es scheint Gibt's in dem Gebiet keine Euler Da ja Ach, 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 ach... Das ist ein Mensch. 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 Das ist ein Sprichwort. Das ist ein Mensch. 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 Ich kann es nicht stoppen. Rho... ...dass wir uns zu retten! Ich hoffe, dass du in Weizung für ein Kaminchen bist. Ja! Ein Kamienchen! Genau! Klein lieb und dusche dich. Da sind auf einmal ganz viele Augen aus der dunklen Ecke aufgegangen. Ah, ist schön. Ja, ich will dich erstmal. Ich will erstmal hier den Leben... Ich will dich ja. Meiner Waage gibt es ein und wird sein zu nahm. Geht es gut. Geht es gut. Schön. Jetzt ist die Ruhe schon wieder... ...weggelaufen. Geht es gut. Geht es gut. Geht es gut. Jetzt ist nur noch er übrig. Oh! Und tschüss. 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 Und tschüss.